Ja, die ganze Insel steht auf dem Wasser. Deshalb heißt sie auch Insel. Und ist groß, ne? Sehr schön. So haben die Stückchen ausgesehen. So weit geht das noch. Wir können gar nicht mehr laufen. Danke, Schatzi, sag mir bitte den Namen von jedem Bild. Von jedem Bild, damit das schneller geht. Und da ist, ich freue mich, weil wir sehen unseren ganzen Fernsehturm. So schön. Ich habe Thai-Sauce, Salate, Ente, ich habe auch ganz viel Ente, Sushi. Noch so, guten Appetit. Ich musste jetzt den Christian filmen, wie der Christian da in Berlin sitzt und immer noch isst. Diese ganze Teller hat er schon leer gemacht. Und jetzt ist er noch Nachtisch. Budings, Eis, alles Mögliche. Und sieht mich noch nicht mal, dass ich den Film sehe. Schatz! Schatz! Hallo! Emanuel! Ich liebe diesen Fähnen hier. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Nachtisch, Nachtisch, lecker, lecker. Oh, endlich Kriztián zu spüren. Er liebte морer Tareel. Ich schaue, ob sie schon alles zusammenkommt. Ich habe schon versucht, dass ich auf die Tür gehe. Wie kann man essen? Aber wie kann man hier essen? Aber hier ist die Gebäude, weil sie eine Straße verändern können. Jetzt verändern hier die Straße, aber es ist schön. Ah, es ist schon wieder mein Zaytchen. Christian weiß nicht, wo wir sind, wo wir gepackt haben. Und hier sind überall solche Schicke. Hier kann ich nicht alle genug filmen. Diese wunderschönen Gebäude, die hier gibt es. Ich liebe solche Gebäude. Diese schöne Straßen, große Stadt. Das ist das Bergamo Museum, nur von hinten. Da müssen wir jetzt hin. Nur wir müssen rüber, mein Schatz sagt. Wir müssen andersrum. So schöne Tür. Und so schöne Wände. Und so schöne Fenster. Das ist hier. Mein Schatz ist hier. Hier ist ein Museum. Hier sind wir hier, wo wir hier gehen. Hier ist unser Museum. Hier geht es auf die Valle. Wir haben hier die Musik. Hier sind wir die Musik. Hier haben wir eine solche Musik. Hier haben wir eine Televäzion. Wir wollen eine die Musik. Hier ist der Eingang zu unserem Pergamon Museum. Da ist da oben auch so eine Frau und da ist ein Pferd ganz oben. Und hier ist James Simon Galerie. Ich weiß nicht wer das ist. James Simon, sein Leben, seine Entdeckungen. Aha, er hat bestimmt das ausgegraben. Habe ich mir schon gedacht. Er hat das alles ausgegraben. Schlauer Mann. Schlauer Mann. War das? Alles? Alles? Und die Schnauze. Soche Schnauze sind die Böge. Und so, wir beginnen mit der Stühle. Hier war es so, dass wir uns vorstellen können. Das ist alles in originales Polen, alles in originales Polen. Und es ist so lange, und es ist so lange. Hier ist ein Palaus, ein Palaus. Das ist die Straße, wo ich Ester war. Ja? Ich denke, dass es so war. Hier ist unser Haus. Wir haben dort seinen Haus. Und er ist jetzt... Jetzt beginnt die gleiche große Stühle. Ich wollte immer diese Stühle sehen. Oh Gott! Es ist eine Brugnilke. Hier ist es so viele Menschen. Es ist so gefährlich. Es ist so schön. 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 Und dann... Es ist so schön. Es ist so schön. Sehr schön. Schau. Größer als ich dachte. Wahnsinn. Und wenn man jede einzelne Fliesenchen sieht... Und alle hier. Und alle ihre Fliesenchen. Und alle diese Fliesenchen. Die Fliesenchen ist sie. Die Fliesenchen. Die Fliesenchen sind sie auch. Und alle diese Fliesenchen. Die Fliesenchen sind sie natürlich sehr. Wir befinden uns einmal ein Stück. Ester, als ich bis zum Zerchen ging, war es noch ein Stück. Wir fielen so ein Stück. Dann haben wir alle Teile mit dem Teile aus dem Teile und dann alles zusammen mit so einer Schönheit, wie es hier sieht, alles mit einem Teile aus dem Teile weil sie nicht gefunden haben, dass sie sofort die Teile sind Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und ist groß, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So haben die Stückchen ausgesehen von den wunderschönen Fliesen Und so haben die die zusammengestellt Jedes Stückchen Solche Puzzle, da bist du 30 Jahre dran Der Rest haben die einfach limitiert Und da waren wir dran? Doch Ne, da waren wir nicht Das ist von unseren Fähnen Eine Frau ohne Kopf Eine Frau ohne Kopf wieder Ohne Kopf Das sind diese Diese Vögel, Tiere, Menschen Das sind diese Vögel, die auf jeden Fall stehen Das sind diese Vögel, die auf jeden Fall stehen Das ist die Vögel, die Vögel, die Vögel, die Vögel Das ist die Vögel, die Vögel, die Vögel Die Vögel, die wir wieder ökologischen Vögel Und hier sind die Perseidischen Pfarrer, die Perseidischen Pfarrer kamen. Es ist sehr schön, dass es so viele solle Figuren ist. Es ist so schön. Also hier fange ich auch an, diese ganzen Figuren. Leider sind manche ohne Köpfe, aber die ganzen Tore sind wieder auf. Ui, die ist auch ohne Kopf. Der Mann ist auch ohne Kopf, macht ja nichts. Der da ist mit Kopf. Der da sitzt, das ist irgendein Imperator. Wow. Das ist hier das Magdorf. Christian. Miletus. Miletus. So sieht das da aus. Das ist auch ohne Kopf. Oh, wie schön. Es geht hier halt um. Und unten. Da. Das ist Brief Hadrians an die Pergamener. Später lese ich den Brief, was er genau von denen wollte. Das ist ein hässlicher Götter und da sind die Steine. Von hier siehst du das. Das ist ein schöner Speisesaal. Das ist ein schöner Götter. Das ist ein schöner Götter. Es ist so schön. Und so sind die alten Köln. Hier muss man sich so aufhalten. Jetzt bin ich hier. Und jetzt gehen wir hier. Oh, wie schön. Es ist so 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 schön. Mit streben, die schmerzen. Ich bin auf diesen schmerzen. Ich bin auf diesen schmerzen. Wie es ist? Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Unterhaltung. 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 Und diese? Dona Gravida. Die Gartin des Künstlers. Unterhaltung. 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 Hier sind die Masone im Busch-Garnein. Aha. Okay. Ich würde es so teilen. So, hier sind noch Reimbrannt. Reimbrannt macht so viele Reimbrannt. Aber hier sind sehr schuldige Kostü. Er macht seine Wiedemüste 4 Korn. A tut? Kartena? Du bist jetzt aus der Schad. Wollte ich gerade so sagen. Tja, heute hat das Selene. Selene, Selene, Selene. Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist das, wo die, das Gemälde ins Fahrrad gespritzt haben. Jetzt müssen die das restaurieren. Hier haben sie schon mal angefangen zu schreifen. Ich zeige euch hier, dass es nicht möglich ist. Ich zeige euch, wie Christian gefühlt sich mit der Film-Galerie. Es ist so schön, Zajka, es ist so schön. Alle Leute sehen sich jede картinne, mit den Augen zu hören. Sie sagen, dass es so schön ist. Er sagt, dass es gut, dass sie eine Knöpfe in der Mitte ist. Sie lieben sich mit der Knöpfe. Oh nein, noch jemand kann auch so hören in den Augen zu hören. und der Prokozner. Claude Monet Claude Monet Nee, diese ganzen Bilderchen, die wir schon alle kennen, die sind immer so schön, fröhlich immer. Ich glaube, das ist der ganze Raum von ihm. Ah, nee. Nee, das ist schon jemand anders. Sorry. Spanische Arbeiter, spanische Farmer, Bauern, so heißt das. Spanische Bauern. Das ist toll, ne? Da kommt mein Schatz. Siehst du, Schatz, spanische Bauern essen, ihr Mittagessen. Ja, das ist so schön. Ach so, das ist auch so schön. Ich bin so interessiert mit diesen Film. Es ist so schön, das ist so schön, das ist so schön. Waza mit Busskom. Du kommst, 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 du kommst. Ja, bei uns schon so sicher, wie Du kommst, du kommst, du kommst. Und jetzt habe ich die Leiterung mit dem. Ich bin so schnell, dass du okay, wenn du dir kommst, du kommst. Ich komme zum Glück, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst. Und jetzt, du kommst, du kommst, du kommst. Es ist so schön, dass es so schön ist. Es ist so schön, dass es so schön ist. Jetzt wird es sehen. Und hier sind zwei Ukraines. Alles auf dem Wasser. Die ganze Museumsinsel. Ja, die ganze Insel steht auf dem Wasser. Deshalb heißt sie auch Insel. Und, haben dir die Museen gefallen? Ja. Sehr. Aber ist das deswegen, heißt das Insel? Ja, ja. Ach so. Ich wusste gar nicht, dass die alle auf dem Wasser stehen. Jetzt erst gesehen. Ja, das ist hier nicht auf dem Wasser. Das ist hier praktisch der Fluss, geht hier dran vorbei. Hier der Seite und auf der anderen Seite auch. Die Spree. Wie schön das da aussieht. Ja. So, jetzt geht es ins Pergamon Museum das Panorama. Ja. 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 Amen. Amen. So, jetzt gehen wir zum letzten, fast letztes Museum, Bude Museum. Hier ist wieder so toll am Wasserstädte. Wunderschön. Schon in der Nacht. In der Nacht auch sehr schön. Und hier geht eine Brücke rüber. Jetzt musst du ausmachen, sonst wird das Video zu lang. Und hier werden wir mit Christian leben. Wir werden hier spaß. Hier wird unsere床. Und hier wird unser Kriesland und Stil. Wir werden mit dem Kiesel leben. Wir werden hier so ein Kiesel leben. Wir werden hier so schön sein. Wir werden hier so schön sein. Wir werden in den kleinen Kiesel leben. Und hier werden wir in diesen schönen Kiesel leben. Wir werden hier so schön sein. Wir werden hier so schön sein. Wir werden hier so schön sein. Und hier sind jetzt die Kiesel leben. Und hier sind es auch andere. Es ist einfach nur eine Kaskung. Es ist auch hier ein Kaskung. Da haben wir schon etwas vorbeigert. Das ist ein Zink. Zink? Ja. Wie kann er hier? Das darf man hier nicht sehen. Musiker. Der hat gerade gegordet. Musiker. Jemand nicht kamen. Wir sind und wir sind. Eine Frau, die sie spielt, singt und wir sind. Hier ist eine Kirche. Hier ist so ein Schmier. So weit geht das noch, wir können gar nicht mehr laufen und so viel und so alles schön. Jedes Zimmer aufgebaut. Tag. Welche Arbeit, ne? Aus was ist das gemacht? Im Runde. Das Hund? Ja, das Ganze. Hier steht ein Merseburger Spiegelkabinett. Was? Von wem? Spiegelkabinett, das alles aus Holz. Das alles Holz. Und Spiegelkabinett. Ja, das stimmt. Spiegelkabinett. Und da haben sie überall Porzellan draufgestellt. Und diese. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020